Das stimmt, Maddie schreibt, seitdem du Twitch-Superstar geworden bist, hast du dich verändert. Guck mal, das stimmt, das stimmt, aber ich habe gehofft, dass es euch nicht auffällt. Aber es stimmt, ich bin anders geworden. Jetzt muss ich nur noch reich werden, also ich bin jetzt Fame, aber das ist noch nicht alles, ich will jetzt reich werden. Ihr seht, die Kurve hier, die führt mich zu Richness. Also ich will nur sagen, wenn ich jetzt noch reich werde, nicht nur Fame, sondern auch Rich, Alter, ich sage euch ehrlich, wie es ist, ich werde so ekelhaft, ich werde niemanden mehr grüßen. Ich mache wie Montana Black und so, wenn einer subbt, ich sage nicht mal seinen Namen. Ich mache, ich will auch so, ich werde versuchen, Freunde und Familie zu vergessen, einfach richtig Arschloch werden, richtiger Typ. Vielleicht mache ich eine Modemarke dann. Und dann banne ich einfach die Leute, die mich am meisten gesuppt haben, die banne ich dann. Ich will einfach so ein Typ werden. Dann kaufe ich nicht einen Porsche, sondern ich kaufe Porsche. Ja, was geht hier? Wer von euch hat SafeMoon, wer hat auf mich gehört und hat SafeMoonisiert, als ich euch empfohlen habe? Da war der hier, da hättet ihr jetzt schon, also jemand hat mir geschrieben, ich werde das ohne Namen erzählen. Ja, das hat mich echt geschockt, Alter. Jemand hat mir geschrieben, dass ich sein Leben verändert habe, hätte sozusagen, weil ich SafeMoon noch mal irgendwie promotet habe oder erzählt habe. Weil er hatte SafeMoon auch schon vor mir, er hat sehr viel weniger investiert in SafeMoon als ich selber. Hat aber jetzt viel mehr Geld als ich, weil er hat investiert in dem Bereich hier. Also wirklich ganz am Anfang so. Und ich sage keinen Namen und so, aber er hat mit 3K Invest 3.000 Euro investiert und ist jetzt bei Stand, Stand, hier war das glaube ich, hier so in dem Bereich. Welcher Tag war das? Ich kann auch nochmal bei Insta gucken. Locker 250.000 Euro hatte der. Hat mir wirklich einen Screenshot geschickt von seinem Wallet. Und, also ne, wenn er mich jetzt nicht hopscrollen hat, ihr wisst selber, das kann man alles auch faken, aber es ist, klang ein seriöser Typ, war jetzt kein so Kind. Er meinte, ich habe sein Leben verändert, du hast, also ich bin Azubi, das ist mein Leben verändert. Ich so, wie viel Geld hast du denn reingetan, dass ich sein Leben verändert habe? So, weil, das ist lebensveränderndes Money bei mir, das dauert, da muss die Kurve noch ein bisschen bewegen. Aber dann hat er mir sein Wallet gezeigt, 250K, da habe ich gesagt, wie viel hast du denn reingetan? Aber, er sagt, ähm, äh, 3K. Und da habe ich mich gewundert, weil ich habe viel mehr reingetan, weil ich will auch später viel nach ihm reinkommen. Aber na gut, man kann nicht alles riechen. Der war da, er wollte das auf jeden Fall, als das hier so eine, so eine, so eine App, wo das abgestürzt ist hier, wollte er nämlich raus. Und dann hat er meinen Stream gesehen. Und dann ist er drin geblieben, also, geil. Ich habe ihm gesagt, Bro, ich freue mich für dich, aber vergiss nicht, das ist viel Geld, hör nicht auf mich, hol schon mal ein bisschen was raus. Also, Feng Peng schreibt, Kollege von mir hat 100K schon gemacht und sein Kollege hat schon eine Million gemacht. Und ich sage dir, Feng, ich weiß, das klingt voll irre für die Leute, aber ich kenne auch jemanden, der jetzt bei einer Million ist. Bei ein bisschen mehr als einer Million. Der ist halt sehr früh eingestiegen, hat auch nicht so viel reingetan. Es ist eigentlich auch eine kleine Rechnung, also, wenn du sehr früh 100 Euro reingetan hast, bist du jetzt schon bei einem Mio. Oder, oder tausend, ja, oder. Auf jeden Fall sehr wenig, muss man einmal nachgucken. Ich will euch hier keinen Scheiß erzählen, aber ich kenne, ich habe seinen Wallet gesehen. Der ist kein Scheiß. Ist auch ein Freund von mir, der hat auch in Dogecoin schon reingeschmissen und da war ich noch gar nicht in dem Film drin, so. Da war ich so auf, ja, Altcoins. Ich mache nur, wie heißt das, so diese sicheren Coins, ETH, Bitcoin und so. Ich hatte gar keinen Bock so auf diese Lotto-Coins, nicht Coins. Deswegen, äh, nee, nicht Raffo nicht. Also, seinen Dings kenne ich nicht. Der Armander-Coin. Es gibt auch schon wirklich, es gibt jeden Coin, den ihr euch vorstellen könnt. Und es gibt auch den islamischen Coin, der sozusagen keine Zinsen macht und so, wegen Halal und so. Es gibt einige Coins, die haben auch gute Ideen. Es gibt wirklich einen Coin, den ich mir gerade angucke. Ich zeige euch mal. Der hat wieder meinen Bruder empfohlen. Ich sage euch ehrlich, wie es ist, wenn der was empfiehlt, der bisher war immer Jackpot. Also wie immer, ne? Hört nicht auf mich, kauft das nicht. Man muss gucken, ich glaube, der ist, der ist, also der wird jetzt gelauncht. Also der war, vorgestern war der, in 15 Stunden wird gelauncht, haben die gesagt, mäßig. Der ist jetzt schon gelauncht, ich hoffe mal, äh, ich hoffe, mein Bruder hat investiert schon. Das ist jetzt gar nicht mitgekriegt, ne? Also das ist jetzt einer, den ich, ey, ich hoffe, das ist der, warte mal ganz kurz, ich gehe nochmal ganz kurz sicher. Ja, das ist der, also, das ist das Bild hier, ne? Damit ihr das auch seht. Da stand 15 Stunden gelaunchten die das. Doch, das ist alles, Weedmund. Weedmund-Token, das ist der auf jeden Fall. Ja, der meinte, ey, ich habe den im Auge. Nur, dass ihr wisst, das ist das, was ich als nächstes im Auge habe. Ne? Und man muss jetzt auch nicht überall Tauis reintun. Wenn man zum Beispiel, wie gesagt, wenn man bei SafeMoon ganz am Anfang, die eine erste Woche mit 100 Euro reingegangen wäre. Oder meinetwegen 500 Euro, aber auch 100 Euro, wenn man jetzt auf jeden Fall Millionär. Aber ich hatte noch einen anderen, ich habe es vergessen, wie der heißt. Den sage ich euch, sobald ich weiß, wie der heißt. Weedchain. Okay, ich zeige es euch mal. Ich glaube, das hat er empfohlen. Boah, Dicke, Alter, ja, bin ich auch wieder zu spät gekommen. Guck mal, wann er mir das empfohlen hat. Und, ähm, hat mir das, Dicke, Alter, Scheiße, da habe ich wieder nicht auf ihn gehört. Beziehungsweise, ich höre ja immer, aber ich habe es einfach zu viel kopfig, so viele andere Sachen zu tun. Ja. Ist auf jeden Fall auch am Abgehen der Scheiß. Kann man sich geben, kann man mal sieben Tage machen. Ja. Also, das ist auf jeden Fall ein interessanter Case auch dahinter. Mit Case meint man immer so, also für die Leute, die sich nicht so auskennen, was ist Use Case sozusagen? Was, was kann man damit machen? Ne, was, wie ist das? Und die haben einen sehr interessanten Use Case. Könnt ihr euch durchlesen, will ich euch nicht voll labern mit. Das ist ganz interessant, kann man sich zeigen. Ein Lottoschein, Dicke, ich sage euch, ich habe es euch letztens schon versucht zu erklären. Das ist mit Lotto nicht zu vergleichen. Lotto ist komplette Glückssache. Hier hast du ja selber in der Hand, gehst rein, gehst raus, change, kannst ein bisschen hier und da, bla. Außerdem kannst du hier ein Gefühl verentwickeln. Und du kannst natürlich auch gescampt werden, das ist ja auch klar. Aber Lotto, Bruder, das ist ja voll der Quatschmann, Alter. Safe Moon Cash Coin. Ich gucke es mir an. Und denke nicht, ich gucke mir nur die Charts an und dann kaufe ich. Also das ist, ja. Also da muss ich noch ein paar mehr Infos sich reinholen. Aber habt ihr Bock, dass ich nächstes Mal jemanden, also jemanden, der wirklich Experte ist auf dem Gebiet, immer einlade zu so einem Talk hier oder wird das eher langweilig für euch? Ja, also pass auf. Also mir ist klar, dass viele von euch Anfänger sind und sich kaum auskennen. Aber ihr dürft nicht vergessen, ich bin auch noch nicht so weit. Ich lese halt mehr und ich bin ein bisschen Schwammkopf. Ich merke mir halt viel Scheiß. Aber so bin ich übrigens durch die Schule gekommen. Ich bin halt so ein, aber am Ende des Tages, ich interessiere mich halt viel. Und ich interessiere mich dafür. Wenn ihr kein Interesse habt, wenn ihr Bock habt zu lernen oder Interesse habt, dann lade ich jemanden ein. Könnt mit dem quatschen. Wenn ihr sagt, ey, also ich versuche dann auch, dass wir das auch auf dem Rookie-Level, das auch immer, ich versuche dann sozusagen seine Sprache für euch zu übersetzen oder gemeinsam das auf dem Rookie-Level zu bringen, wenn das denn interessant ist. Dingsbums schreibt, ich bin mit Deutsch von 1K auf 10K. Sehr gut, Mann. Sehr, sehr gut. Ich habe gestern mit jemandem telefoniert, ein Freund aus alten Tagen. Der sagte zu mir, dass er im Jahr 2018, wo dieser Bitcoin-Hype war, hat er irgendwie sich Deutsch-Coin geholt für 15 Euro. 15 Euro. Einfach mal so, komm, ey, da gehe ich auch mal rein, so aus dem Meme-Faktor. Ist jetzt so 7,5K wert. Ich meine, 7K verändert jetzt dein Leben nicht, weißt du, das ist jetzt nicht life-changing money, so weißt du. Aber, wenn du überlegst, das ist ein Döner mit, das sind zwei Döner und eine Cola, so. Obwohl, warte mal, in Bayern ist es, glaube ich, ein halber Döner. In Zürich ist das ein Dönerriechen. Für 15 Euro kannst du in Zürich, darfst du einmal am Dönerriechen. Aber, ja, wirklich, das darf man nicht unterschätzen. Leute gehen jahrelang arbeiten, monatelang, also, ne, darf das von daher dankbar sein, für welche Möglichkeiten man heutzutage hat, Geld zu machen. Deswegen.